Hallo und herzlich Willkommen! Wir sind bei der... also zu Crash Endicode 3 natürlich und wir sind bei dem fünften Level der ersten Welt. Lasst uns schauen was passiert. Oh je. Das schon erholt Schrecklichkeit. Ja gut. Das ist auch schrecklich. Das schaut nicht mehr schrecklich aus, dass es wie das ist. Aber gut. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich wie ich dachte. Das ist so schrecklich. Ich bin gerade mittlerweile lieber so, ich schaffe die Lever. Anstatt ich habe unbedingt die Besten. Aber gut, wir haben es geschafft. Ein schnelles kurzes Level, ein schnelles kurzes Video. Und schauen wir was passiert noch, ob wir es eh wirklich geschafft haben. Ja, wir haben es geschafft. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, Baba!